Hallo, mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und in dem Video zeige ich dir, woran es liegen kann, dass du trotz Hostrechte in deinem Zoom-Meeting die Breakout-Räume nicht einrichten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Vielleicht ist es dir ja auch schon mal vorgekommen, du bist Host in einem Zoom-Meeting, möchtest Kleingruppen einrichten, aber du findest den Button mit den Breakout-Sessions nicht. Das kann mehrere Gründe haben und der offensichtlichste ist einfach, dass die Breakout-Räume nicht aktiviert sind. Das musst du nämlich einmalig tun, du loggst dich unter zoom.us mit deinen Account-Daten, eingehst dann auf Einstellungen, danach wählst du Einstellungen im Meeting erweitert und hier gibt es die Option Breakout-Raum und hier muss natürlich der Haken gesetzt sein, weil wenn hier die Räume nicht aktiviert sind, dann stehen die selbstverständlich auch nicht im Meeting zur Verfügung. Wenn die Funktion aktiviert wurde, du aber die Breakout-Räume trotzdem nicht findest, dann kann es daran liegen, dass in der Zoom-Leiste hier unten einfach kein Platz mehr für den Button ist und es sind einfach zu viele Funktionen aktiviert und alle anderen Funktionen, die hier nicht mehr in die Leiste passen, die sehen wir denn ganz rechts unter den drei Punkten mit mehr. Also das heißt, wenn du weißt, Breakout-Räume sind aktiviert, du siehst die Funktion nicht, dann schau einfach mal unter den drei Punkten mit dem mehr, dort sollten sie dann zu finden sein. Wenn dem nicht so der Fall ist, sie aktiviert sind, du sie dort nicht findest, kann es auch noch einen dritten Grund haben und zwar der, dass du bei der Planung eines Meetings die End-to-End-Verschlüsselung gewählt hast. Zoom bietet zwei Verschlüsselungsmöglichkeiten an, eine erweiterte Verschlüsselung und eine End-to-End-Verschlüsselung. Die End-to-End-Verschlüsselung ist technisch gesehen sicherer, allerdings stehen hier keine Breakout-Räume zur Verfügung. Ja, also das heißt, wenn du Breakout-Räume brauchst in deinem Meeting, dann musst du die erweiterte Verschlüsselung, die auch sicher ist, auswählen. Wichtig ist natürlich in diesem Zusammenhang, diese Funktion, die kannst du nicht im Meeting für das laufende Meeting verändern, sondern immer erst für das nächste Meeting, von daher immer erst schauen, was brauchst du für deine Veranstaltung, sind alle Funktionen aktiviert und dann nutze Zoom so, wie du es brauchst. An der Stelle, wenn du Ergänzung hast, schreib die einfach in die Kommentare, da freue ich mich riesig drüber, sonst wünsche ich dir alles Gute, bis zum nächsten Video, mach's gut, tschüss.